Hallo zusammen, wir sind hier in der Ziergärtnerei Höfli, Stifthöfli, und man sieht hier schon die Schalen, die Körbe für Arrangements. Wir sind ja jetzt hier nicht umgesattelt auf Blumen, sondern auf Kühlräume, weil Pflanzen müssen auch gekühlt werden, vor allem Setzlinge. Wir sehen hier die Türe, das ist einfach eine einfache Kühlzelle, hier ist der Durchgang im Keller, wir schauen uns hier rein. Hier ist ein kleines Kühlaggregat, wir kühlen hier also nur bis 5 Grad, die Zelle muss jetzt noch verfugt werden, dicht rein. Das ist der Plan dieser Kühlzelle, die Türe wurde nicht nach Plan gefertigt, sondern hier sitzt das Kühlaggregat, das ist ein ganz einfaches Rivacold Kühlaggregat, eingehängt. Wir können hier die Temperatur einstellen, optional wäre eine Fernsteuerung nach vorne, aber hier tut es, man kommt hier gut dazu, einmal eingestellt läuft das, zur Kontrolle kommt man auch hier zu dieser Einheit. Ja, das ist es von diesem Kühlraum, von dieser Kühlzelle, aus Nussbaumen, vom Stifthöfli. Ich wünsche euch einen schönen Tag.